Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu meiner absolut Lieblingsmission in Call of Duty Black Ops 2. Das ist diese afrikanische Map und heute geht es mir um einen YouTuber, den ich richtig cool finde. Ich weiß, ich habe viele Abonnenten, jetzt fühlt sich natürlich jeder Abonnent angesprochen, aber es geht um einen YouTuber, der eher sogenannte Real-Life-Videos macht und natürlich auch einen anderen YouTuber mit einbindet, das ist der sogenannte Toy-Pimp. Wahrscheinlich habt ihr schon mal was von Toy-Pimp gehört, das ist ein richtig sympathischer YouTuber, der sogenannte Songs macht, manchmal so Ellotricks, Parodien, Juliens Blog in seinen Videos reinmacht und der ist genauso verrückt wie ich und der wird ja auch immer, wenn man mal die Kommentare liest, gehatet, dass er schwul sei, dass er einen Schwuchtel ist, was ich überhaupt nicht finde, ich finde ihn richtig sympathisch und für mich ist der ein sehr sympathischer YouTuber, den ich entdeckt habe, durch einen anderen YouTuber, durch Ahornente und der irgendwie war da so Ahornente suchtalente und da war er unten in der Videobeschreibung, ich habe reingemacht Toy-Pimp und war wirklich fasziniert von diesem YouTuber. So ein sympathischer Mann, da müsst ihr wirklich mal reingehen, ich werde ihn in die Kommentar-Ding da reinmachen, in die Infobox, der kommt da auf jeden Fall rein, weil er muss da rein, weil Toy-Pimp richtig cool ist. Der müsst ihr euch stimmlich so vorstellen, ja, ich bin der Toy-Pimp und, nee, ich kann ihn nicht nachmachen, der ist einfach so, der ist einfach so ein richtig cooler Typ. Wer von euch kennt denn alle, der, wer von euch kennt denn alles, der Toy-Pimp? Wer ihn nicht kennt, der sollte ihn auf jeden Fall googeln, das wäre richtig cool, weil ich bin wirklich von dem Typ hin und weg. Ich habe schon in meinem Leben viele Real-Life-Videos gesehen und Menschen, die sogenannte Real-Life-Videos machen, aber dieses Video ist richtig geil, Mann, der macht das richtig, richtig Hammer. So, jo, wieder Julians-Block-Analyse, ja, ja, ach, man, ach, warum kann ich den nicht nachmachen? Der ist einfach sympathisch, sympathisch geil. Danke, Ahornente. So, ihr seht schon, im Hintergrund läuft eine afrikanische Map, ich weiß gar nicht, wie die heißt, rette irgendwie Woods, das werden wir jetzt auch tun. Klar, Call of Duty, Black Ops 2, brutales Spiel, für euch immer. Brutal muss es auch sein, sonst macht es ja auch keinen Spaß. Und jetzt ballern wir mal die ganzen geilen Gegner weg. So, ich verlasse das Kampfgebiet, das wollen wir aber nicht. So. Und zwar wird es dann auch bald ein neues Video geben, und zwar YouTuber, und zwar meine Lieblings-YouTuber, die ich so richtig gut finde. Und die nächsten YouTuber werdet ihr natürlich alle erfahren und ich werde keinen nehmen, der mir nicht gefällt. Das heißt, ich werde nicht sagen jetzt, hey, ich mag den, äh, Rotenzack24 auf YouTube, bitte abonniert den, ne, ich schaue mir seinen Kanal an, ich gucke, gefällt mir das. Und wenn mir das wirklich sympathisch ist, dann werde ich auch ein Video machen und auch eine Video-Empfehlung machen. So. Vorher nicht. Die, die Map ist, alter, what the hell, guckt euch das an. Überall Tote. Da liegt ne Hand, glaube ich. Können wir eigentlich diese Dinger hier wegmachen, den Kopf abballern, auch, das, das wäre natürlich schön gewesen. Komm her, komm her. Mutombo, komm her. Wow, wow, wow. Herrlich, ich liebe das, die schönen, guten, alten Kills. Hier schaffe selbst ich, euer YouTube Gamescom, Kills zu reißen. Der ja eigentlich nicht berühmt ist für irgendwelche Kills. Aber hier schaffe ich selbst, hier schaffe ich ja wirklich gute Kills. So, Leute. Somit sage ich tschau. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ich weiß, das ist ein bisschen klein geraten. Ein bisschen anders als, 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 als andere Videos, weil ich nur gesagt hab, Teufel, hey, der ist cool und so. Hab ich für den cool. Und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich muss zum Ziel laufen. Ach, Mist, das hat man davon, wenn man einmal nicht drauf achtet. What the fuck, Alter, der hatte keine Ahnung. Ach, so ist das. So ist das. So ist das. So ist das. Halten. Okay. Was ist das? Ach so, ich muss das ganze Zeug einnehmen. Warum sagen die das mir nicht gleich? Ja, dann ist das leicht. Zack, das sind die Ziele. Die muss ich ausschalten. Äh, äh. Oh, herrlich. Ich lieb den Waffensound. Da hat sich noch einer verkauft. Ach, mit der Mörser. Mit der Mörser, du kleiner Affi. So. Okay. Warte mal, das Video ist ja länger geworden, als ich es dachte. Was muss ich jetzt machen? Luftunterstützung. Komm schon. R zum Feuern. L zum Feuern von Raketen. Ja, genau. So ist es cool. Schön die Raketen ballern. Schön alles auf die Panzer. So. Wunderbar. Wir gewinnen den Kampf. So. Jetzt verlasse ich wieder das Kampfgebiet. Das ist ja eine coole Sache. Und ich finde einfach, der Singleplayer von Call of Duty, egal welcher, ist einfach richtig geil gemacht. Ach, das ist herrlich. Ich liebe das. Ich habe mich verliebt in ein neues Spiel. Ach, Mist. Ach, Mist. Warum muss man das die ganze Zeit anzeigen, dass ich das Kampfgebiet verlasse? Ich bin doch mitten im Kampf. Ah, das ist bestimmt wieder so ein komischer Klitsch. So. Somit sage ich Tschau, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Sie verlassen das Kampfgebiet. Oh. Eine Unterstützung machen wir noch. Aber diesmal nicht mit Raketen. Sondern wir schießen mit guten Geschossen. Gut, Raketen müssen wir auch mal benutzen hier. Ja, geil. Hauen wir sie alle weg. Och, es ist mein Akku. Oh, fast alle. Mann, nein, ciao Leute, haut rein, ich bin weg und dann ciao, bis dann.